Was war das für ein Jahr? Vor zwei Jahren hat er schon etwas gemacht. Ich kann es nicht. Du kannst es jetzt wieder machen. Vom 1. August hat er schon mal so etwas gemacht. Vor zwei Jahren hat er auch so etwas gemacht. Rechts ist fertig. Nicht viel. Und dann zuhören noch voll mal. Schau mal da oben. So haben wir gefühlt. Das ist schön.